Viele kennen sicherlich die regelmäßigen Sprachnachrichten auf Telegram von Eva Herrmann und Andreas Popp mit dem Titel Stabil durch den Wandel Am 30. März meinte darin Eva Herrmann Wir befinden uns in einer Phase, wie es sie auf dieser Erde noch nie gegeben hat. Man spricht davon, dass es die dunkelste Zeit ist, wie es sie je gegeben hat und je geben wird. Das Versagen der Menschheit wird offenbar. Wir sind Zaungast, aber auch involviert in eine der größten Machtverschiebungen auf dieser Erde. Nachdem sie daraus schließt, dass es so kommen muss, damit das Alte das Falsche zusammenbrechen kann, mündet sie wie stets in mutmachende Worte wie Wir sollten hinaus in die Natur gehen, beten und um Licht und Kraft bitten. Andreas Popp meint zwei Tage später in einer weiteren Sprachnachricht Was mich wundert bei der ganzen Geschichte ist, dass die Menschen nicht in Teilen wach werden. Jetzt sehe ich, dass viele Menschen riesig sauer sind, weil der Sprit zu teuer geworden ist. Jetzt, wo das Benzin zu teuer geworden ist, jetzt gehen sie plötzlich auf die Barrikaden, Aber nicht, weil sie die Zusammenhänge verstehen, sondern weil sie sich selbst betroffen sind. Dieser Egoismus im Volk, der zeigt, wie verkommen die ganze Menschheit ist durch diese Vollkasko-Mentalität, die man durch die politischen Strukturen installiert hat und man auf eine träge, stumpfe Masse fällt. Regelmäßig empfehlen sie ihren Zuhörern, sich mit den drei Büchern von Abdrushin im Lichte der Wahrheit eindringlich zu beschäftigen und Popp meint dazu Es ist für mich immer unfassbar, was ich in dieser Zeit erleben darf, wenn ich mich mit dem Buch im Lichte der Wahrheit beschäftigt habe und diese Zusammenhänge immer mehr versuche zu verstehen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Die sind ja auch sehr begrenzt. Dann merke ich, dass genau das, was dort geschrieben steht, eins zu eins so entsteht. Das schockt mich weniger, als dass es mich ins sichere Fahrwasser bringt, weil ich weiß, das, was da gerade läuft, wird beschrieben und ich weiß auch, wie der Ausgang geht für diejenigen, die entsprechend vorbereitet sind. Das ist wichtig für die eigene Kraft. Wie wenn er über Geisteswissenschaft reden würde, meint er, Es geht nicht darum, hier Masse zu machen, ein Buch zu lesen, sondern es geht darum, das Prinzip des Lebens zu studieren. Und da sind mehrere Faktoren. Ich muss einmal sachlich aufnehmen die Worte, die dort stehen, den Satz, den ich lese, der manchmal sehr komplex ist. Wenn ich ihn nicht verstanden habe, dann sollte ich nicht darüber lesen, sondern stoppen und so lange diesen Satz durchdenken, bis ich es immer mehr verstehe. Verstehen bedeutet nicht nur verstandesmäßig, sondern auch ein inneres Durchglühen. Ich muss es spüren, wenn ich weiß, dass ich eben die Seele bin. Da geht es nicht darum, dass ich diese Information in meinen Körper lasse, nämlich im Gehirn, welches nur wie meine Hand ein Werkzeug ist. Ich muss es auch mit der Seele verinnerlichen können. Diese Dinge sind ganz entscheidend, auch beim Durcharbeiten, und man muss sich einfach Zeit lassen und wenn es drei Jahre dauert, bis man die Bücher durch hat. Dann kommt diese Stabilität, die man dann auch auf den ein oder anderen ausstrahlen wird. Als ich vor Jahren diese drei Bücher gelesen hatte, empfahle ich sie ebenso weiter, denn ich empfand diese für die heutigen zumeist wegen ihrer überreizten Unkonzentriertheit verwirrten Menschen als heilsame Nahrung. Als ich mich jedoch täglich ebenso mit Steiner beschäftigte, empfand ich dieses Wissen von Steiner im Vergleich zu Abdrugin stets wie dem durchglühenden Heiligen Geist im Vergleich zu sonnengereiften, nachhaften Lebensmitteln. Die obigen Worte von Pop könnten wortwörtlich als Beipackzettel für Steiners wie medizinwirkende Geisteswissenschaft verwendet werden und Pop ermahnt zu Recht. Gott ist es nicht, der in Passivität richten wird, sondern hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hermann meint dazu, Das ist Entwicklung und Entwicklung ist Bewegung und wenn wir es schaffen, geistig in Bewegung zu kommen, werden wir auch übrigens innerlich wärmer. Mit diesen Erkenntnissen kommen wir zu dem, was man auch Liebe nennt. Es ist die Nächstenliebe und die Liebe zur Natur und zur Schöpfung. Und Pop landet wie so oft einen weiteren Volltreffer und meint, Wärme dehnt sich aus und wir bilden von innen nach außen einen Gegendruck gegenüber diesen wahnsinnig vielen Informationen, die auf uns einströmen. Und wenn wir innerlich kalt sind und Kälte zieht sich zusammen, dann werden wir erdrückt. Wer spürt nicht nach einigen Jahren Beschäftigung mit Geisteswissenschaft diese natürlich gewachsene Schale, die einen mit dem warmen, selbstsicheren Gefühl schützt? Wenn Hippokrates 400 Jahre vor Christus meinte, lasst Nahrung eure Medizin sein und Medizin eure Nahrung, so bin ich bei den gehaltlosen, gedüngten Ackerböden heutiger Tage überzeugt, dass Hippokrates diese damalige Heilkraft vorchristlicher Ackerböden heute nur noch in der Geisteswissenschaft finden würde und die daraus erwachsenen Früchte als Nahrung, eventuell auch im Lichte der Wahrheit als appetitmachende Vorspeise. Spannend ist es, wenn Pop und Hermann auf den israelitischen Professor Yuval Noah Harari zu sprechen kommen, der als rechte Hand von Klaus Schwab beim World Government Summit in Abu Dhabi kürzlich auch den Transhumanismus bewarb und gar meinte, dass der Mensch keine Seele hätte. Wen erinnert dies nicht an das von Steiner oft erwähnte ökumenische Konzil von 869, wo die Kirche offiziell den Geist abzuschaffen versuchte? Und wer spürt nicht im folgenden Vortrag die sich entwickelnden Keime für ein solches Unkraut, welches aus dem kalten Kopf eines Schwab mit seiner rechten metallenen Handprothese wächst? Man möchte das wärmende, lichtmachende Pärchen Eva Herrmann und Andreas Popp am liebsten fragen, ob sie nicht auch zum Wohle der Menschheit, neben der Vorspeise von Abdrugin, die Hauptspeise vom Sternenkoch Steiner als kraftmachende Wegzehrung für die Wildwasserfahrt durch den Wandel weiter empfehlen könnten? Elfter Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Dornach am 4. Juli 1920. Es musste gestern leider die angestellte Betrachtung in nicht sehr gut klingenden Tönen endigen, aber es muss schon von Zeit zu Zeit auf solche Dinge in unseren Reihen hingewiesen werden. Eigentlich fügte sich aber dasinnige, was ich, wie der Willen gestern am Schluss sagen musste, doch in die Reihe unserer Betrachtungen ein, denn diese Betrachtungen gehen alle im Grunde genommen darauf hinaus zu zeigen, wie notwendig ein geisteswissenschaftlicher Einschlag für unsere Kultur ist. Vorgestern versuchte ich Ihnen zu zeigen, welche Hintergründe vorhanden sind für so etwas wie die Oswald-Spengler'sche Betrachtung über den Niedergang der abendländischen Kultur. Gestern versuchte ich Ihnen zu zeigen, wie die Schatten älterer Kulturen in unsere Zeit hereinreichen, wie diese Schatten älterer Kulturen aus einem bei Ihnen ja begreiflichen Streben sich gegen alles wenden, was gerade von Seiten der hier gemeinten Geisteswissenschaft kommen muss. Ich möchte nun heute einiges Prinzipielle in unsere Betrachtung einreihen, damit wir gewissermaßen die Kulturentwicklung der Gegenwart im Laufe der nächsten Vorträge noch genauer, eingehender verfolgen können. Ich habe öfters betont, wie die eigentliche Wirkung geisteswissenschaftlicher Vertiefung nicht etwa bloß darin liegen soll, dass gewisse durch die Geisteswissenschaft konstatierte Wahrheiten von unserer Seele aufgenommen werden, von dieser unsere Seele als Inhalt bewahrt werden, als Inhalt über allerlei Lebenszusammenhänge, an denen wir als Menschen interessiert sind. Das aber ist es für unsere Zeiten nicht allein, was dem Menschen werden soll als Wirkung von Seiten der Geisteswissenschaft, wie sie hier gemeint ist. Was dem Gegenwartsmenschen vor allen Dingen aus dieser Geisteswissenschaft kommen soll, das ist, dass seine ganze Art des Vorstellens, die Konfiguration des Denkens, Empfindens und Wollens durch diese geisteswissenschaftliche Vertiefung jene Umformung erfährt, die eben verlangt wird von den Bedürfnissen der Gegenwart, damit wir nicht nur in den Niedergang der abendländischen Zivilisation hineingehen, sondern damit wir aus diesem Niedergang heraustragen können, Keime zu einem Aufstieg. Ich habe es ja öfters erwähnt, dass jene Gebundenheit des Denkens, des Empfindens an den physischen menschlichen Organismus, wie der Materialismus sie sich vorstellt, durchaus keine Schimäre ist. Ich habe es öfter betont, dass der Materialismus nicht bloß eine falsche Weltanschauung ist, sondern dass der Materialismus im eigentlichen Sinne des Wortes eine Zeitanschauung ist, vielleicht noch besser gesagt eine Zeiterscheinung. Es ist einmal so, dass man nicht bloß sagen kann, es sei unwahr, dass das menschliche Denken, das menschliche Empfinden, überhaupt das seelische Wollen, an den physischen Organismus gebunden sei und dass man eine andere Anschauung anstelle dieser Anschauung setzen müsse. Das erschöpft nicht die volle Wahrheit auf diesem Gebiete, sondern die Sache ist vielmehr so, dass in der Tat durch das, was heraufgezogen ist in der Zivilisation des Abendlandes in den letzten drei bis vier Jahrhunderten, das seelisch-geistige des Menschen, das Denken, das Empfinden, das Wollen in der Tat in eine enge Abhängigkeit gekommen ist von dem physischen Organismus und dass in einer gewissen Beziehung heute der Mensch eine richtige Anschauung wiedergibt, wenn er sagt, es besteht diese Abhängigkeit. Denn die Aufgabe ist nicht heute, eine theoretische Anschauung zu überwinden, die Aufgabe ist heute, die Tatsache, dass die menschliche Seele in Abhängigkeit gekommen ist vom Leibe zu überwinden. Die Aufgabe ist heute nicht zu widerlegen dem Materialismus, sondern die Aufgabe ist, heute jene Arbeit, jene geistig-seelische Arbeit zu verrichten, welche die Seele des Menschen wiederum loslöst aus den Banden des Materiellen. Dass man auf einem solchen Gebiet klar sehen könne, dass einem solche Dinge, wie ich sie jetzt eben ausgesprochen habe, nicht bloß als Widersprüche, als paradoxe Behauptungen erscheinen, dafür kann man eigentlich eine hinlängliche Anschauung nur aus der Geisteswissenschaft selbst gewinnen. Ich werde heute ein besonderes Kapitel aus dem Leben der neueren Zeit der Gegenwart herauszugreifen haben, um Ihnen zu zeigen, wie Tatsinnige, was nicht bloß Anschauung, sondern was Tatsache ist, die Abhängigkeit des Geistig-Seelischen vom Leiblichen, wie das ins soziale Leben hineinwirkt. Daraus werden Sie dann ersehen können, dass schon mehr in unserer Zeit zu überwinden ist, als eine bloß theoretische Anschauung. Vielleicht mache ich mich etwas verständlich über dasjenige, was ich eben ausgesprochen habe, wenn ich erinnere an etwas, was ich auch schon hier erwähnt habe, was aber das heute Zusagende in einem gewissen Sinne illustrieren kann. Ich habe Ihnen erzählt, wie ich als Lehrer der Arbeitsbildungsschule in Berlin durch die Intrigen der Führer der Sozialdemokratie herausgeworfen worden bin, weil das, was ich dazu mal auf den verschiedensten Gebieten zu lehren hatte, nicht echter Marxismus und vor allen Dingen auf den Gebieten der Geschichte nicht materialistische Geschichtsanschauung sei. Ich hatte nicht etwa die Anschauung vertreten, dass die materialistische Geschichtsauffassung absolut falsch sei, aber eben gerade die Art und Weise, wie ich mich zur materialistischen Geschichtsauffassung stellen musste, zu jener Auffassung, dass alles Ethische, alles Wissenschaftliche, alles Religiöse, alles Rechtliche Leben nur gewissermaßen ein Oberbau, eine Art Rauch sei gegenüber demjenigen, was die einzige Wirklichkeit sei im materiellen wissenschaftlichen Prozesse. Gerade die Art und Weise, wie ich mich zu dieser Geschichtsauffassung stellen musste, das konnte nicht verstanden werden. Es konnte nicht verstanden werden, selbstverständlich von denjenigen, die gar nicht herangegangen waren an ein innerliches Durchdringen der Sache. Die Arbeiter, die meinen Vorträgen zugehört haben, die haben die Sache schon nach und nach verstanden. Aber es sind eben gerade durch dieses Verstehen dazu mal die Führer dahinter gekommen. Was ich gelehrt habe, war dies. Es beginnt, sagte ich, ungefähr um die Mitte des 15. Jahrhunderts zuerst langsam, dann immer rascher vom 16. Jahrhundert ab, tatsächlich jener Prozess in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, durch den die geistigen, die rechtlichen, die ethischen Produktionen der Menschheit sich in voller Abhängigkeit befinden von den Produktionsprozessen, von der Art und Weise, wie das Wirtschaftsleben verläuft. Es wird nach und nach alles Geistige und Rechtliche abhängig vom Wirtschaftsleben. Daher, sagte ich, ist die materialistische Geschichtsauffassung relativ berechtigt für die Interpretation der letzten drei bis vier Jahrhunderte des menschlichen Geschichtsverlaufes. Man kommt aber in eine unmögliche Geschichtsauffassung hinein, wenn man hinter das 15. Jahrhundert zurückgeht und ältere Zeiten im Sinne der materialistischen Geschichtsauffassung verstehen möchte. Und man tut völlig Unrecht, wenn man diese materialistische Geschichtsauffassung als etwas Absolutes ansieht und sagt, in der Zukunft wird alles ethische, alles rechtliche, alles wissenschaftliche Leben nur eine Art Rauch sein, der aus dem Wirtschaftsleben aufsteigt. Im Gegenteil, es ist die Aufgabe der Gegenwart zu überwinden das inige, was sich herausgebildet hat als Abhängigkeit des Geisteslebens vom wirtschaftlichen in den letzten drei bis vier Jahrhunderten. Es ist das inige als Tatsache zu überwinden, wofür die materialistische Geschichtsauffassung richtig ist. Sie sehen, man hat es zu tun, wenn man wirklich geisteswissenschaftlich verfährt, mit einer anderen Denkweise, mit der Denkweise, die eigentlich bricht mehr in den Gedankenformen in der ganzen Struktur des Weltanschauens mit dem Hergebrachten. Und wahrhaftig, vielmehr kommt es der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft darauf an, heranzubilden in der Menschheitsentwicklung diese Umgestaltung, diese Metamorphose in der Struktur des Empfindens, des Denkens, des Wollens, als nur irgendeinen Inhalt über verschiedene menschliche Leiber und dergleichen den Menschen zu tradieren. Gewiss, diese Inhalte, sie kommen heraus, diese Ergebnisse treten uns gerade durch eine solche Metamorphose der Denkstruktur vor das geistige Auge. Aber das Wesentliche ist, die andere Einstellung gegenüber der Welt. Das Wesentliche ist, dass wir in gewisser Beziehung die ganze Verfassung unserer Seele zu ändern vermögen. Sieht man das ein, dann merkt man eigentlich erst, wie im gegenwärtigen Denken der weitesten Kreise der abendländischen Zivilisation durchaus noch tätig sind die Reste des traditionellen Denkens, Empfindens und Wollens, die sich eben einfach aus uraltesten Zeiten in die Gegenwart herein fortsetzen. Nur einzelne Menschen hat es eigentlich gegeben, die, ich möchte sagen, aus der breiten Masse heraus auf den verschiedensten Gebieten ein Gefühl, eine Ahnung entwickelt haben davon, wie morsch gerade die Denkformen, die Denkstrukturen des Alten sind. Sie konnten zumeist nicht zur Geisteswissenschaft vordringen und so blieben sie im Negativen stecken. Eine außerordentlich interessante Erscheinung in Bezug auf dieses Steckenbleiben ist Overbeck, der Freund Friedrich Nietzsches, der zurzeit Nietzsches an der Universität Basel gewirkt hat und der ja insbesondere ein interessantes Buch über die gegenwärtige Berechtigung des Christentums geschrieben hat. Es ist eine der interessantesten Erscheinungen auf den Gebieten der neueren Literatur, dass eine christliche Theologie die Frage aufwirft, sind wir noch Christen? Diese Frage hat nicht bloß der materialistische Theologe David Friedrich Strauss aufgeworfen, sondern auch dieser an der theologischen Fakultät in Basel wirkende Theologe Overbeck, Nietzsches Freund, hat diese Frage aufgeworfen. Und eigentlich kommt Overbeck zu der Anschauung, es gibt wohl noch eine christliche Theologie, aber nicht mehr ein Christentum. Aber insbesondere muss ich sagen, war es mir ein merkwürdiges Zusammentreffen, dass, nachdem ich Ihnen gestern diese verschiedenen Proben der theologischen Denkart geben musste, wobei ich Ihnen zu zeigen hatte, dass man dem theologischen Gegenüber ebenso sich zu beklagen hat, wenn sie einem Freund werden, wie wenn sie einem Feind werden. Es war mir sehr bezeichnend, dass gerade in diesen Tagen im Beiblatt zu den Basler Nachrichten eine nachgelassene Produktion von Overbeck besprochen wird und dass da auf einen Satz hingewiesen wird, den dieser christliche Theologe niedergeschrieben hat. Ein christlicher Theologe hat den Satz niedergeschrieben. Die Theologen sind die Dümmlinge in der modernen Gesellschaft. Das ist öffentliches Geheimnis in dieser modernen Gesellschaft. So der Theologe in Basel Overbeck. Man hat nicht nötig, aus der Sphäre heraus zu gehen, wenn man ein solches Urteil einsamen will. Allerdings Overbeck war neben dem, dass er Theologe war, Denker und Theologe zu sein, war mehr sein Schicksal als sein Wille. Vielleicht war es auch seine Schwäche, Theologe zu bleiben. Das alles aber obliegt mir heute nicht zu untersuchen, aber immerhin bemerkenswert ist es, dass ein solcher Ausspruch nicht von einem Monisten geprägt worden ist, sondern von einem Theologen. Die Theologen sind die Dümmlinge in der modernen Gesellschaft und es ist öffentliches Geheimnis in der modernen Gesellschaft, dass es so ist. Nun, es ragen eben in die Gegenwart herein die Dinge, die nur noch Schatten alter Weltanschauungen, Lebensgestaltungen und so weiter sind. Um heute Christ zu sein, bedarf es eben einer neuen Erfassung des Mysteriums von Golgatha, wie ich es ihnen gestern bereits auseinandergesetzt habe. Aber auch um die heutigen sozialen Forderungen zu verstehen, bedarf es einer ganz anderen Struktur des Denkens und Empfindens, als diejenige ist, die aus alten Zeiten in die breiten Massen der gegenwärtigen Menschheit hereinragt. Und davon möchte ich ihnen heute ein Beispiel geben. Man kann zwei so verschiedene soziale Denker nehmen, wie sagen wir Marx, der Abgott der Sozialdemokratie und wie Rodbertus einer ist, der mehr ich möchte sagen, eine Stütze ist für diejenigen, welche eine Lösung der sozialen Frage auf nationalen Gebiete suchen. In einer gewissen Beziehung sind beide Rodbertus und Marx Sozialisten. Aber sie sind eigentlich Antipoden. Aber in einem wichtigen Punkt stimmen sie überein. Sie stimmen überein in einer gewissen Auffassung der Grundfrage, die heute eigentlich von allen aufgeworfen wird, die sich im Grunde tiefer mit der sozialen Frage befassen. Es ist die Frage, was produziert eigentlich wirtschaftliche Güter? Was produziert wirtschaftliche Güter, die im Wirtschaftsleben zirkulieren, Güter, die für den wirtschaftlichen Konsum des Menschen dienstbar sind? Marx, sowohl wie Rodbertus, beantworten diese Frage dahin, dass sie sagen, nur die körperliche Arbeit produziert wirtschaftliche Güter. Also alles Daseinige, was im Wirtschaftsleben produktiv ist, führt auf körperliche Arbeit zurück. Mit anderen Worten, will man davon sprechen, wo die Arbeit zu suchen ist, die irgendeine zusammenhängende Reihe wirtschaftlicher Güter erzeugt, so muss man zum Beispiel bei einer Eisenbahn beginnen bei dem ersten Spatenstich, nicht aber bei der Arbeit der Ingenieure, nicht bei der Arbeit der jenigen, die aus irgendwelchen Lebenszusammenhängen heraus den Gedanken produzieren, dass in dieser oder jener Gegend eine Eisenbahn zu bauen sei. Karl Marx zum Beispiel sagt, Arbeit, körperliche Arbeit produziert allein die wirtschaftlichen Güter. Wenn man in Indien einen Buchhalter anstellt in einer Gemeinde, so ist die Arbeit dieses Buchhalters nicht etwas, was wirkliche wirtschaftliche Güter erzeugt. Zwar ist die Arbeit dieses Buchhalters notwendig, aber sie erzeugt keine wirtschaftlichen Güter. Wirtschaftliche Güter erzeugt einzig und allein die körperliche Arbeit derjenigen, die unmittelbar körperlich an der Erzeugung der Güter sich betätigen. Alles andere ist ausgeschlossen davon, mitgerechnet zu werden zu den Produktionselementen der wirtschaftlichen Güter. Wovon wird, so sagt Karl Marx, der indische Buchhalter entlohnt? Von einem Abzug, den man macht. Man muss erst das hinige, was eigentlich alle anderen verdienen sollten, die körperlich arbeiten. Man muss erst von dem etwas abziehen und es ihm geben, weil er doch notwendig ist. Man kann ohne ihn nicht produzieren, aber er erzeugt keine Güter. Also muss man denjenigen die Güter erzeugen, das abnehmen, was man ihm zu geben hat. Und mit Verfolgung dieses Gedankens kommt schließlich Karl Marx dazu, dass alle geistige Arbeit, alles geistige Produzieren nicht herausgenommen wird aus den wirtschaftlichen Gütern so, dass es beteiligt wäre an der Produktion dieser wirtschaftlichen Güter, sondern dass es abgezogen wird denjenigen, die wirklich wirtschaftlich produzieren. Und zu ganz derselben Ansicht kommt auch der Antipode von Karl Marx Rod Bertus. Es gibt nun mancherlei, dass eben aus der Denkweise, die sich im Laufe der letzten drei bis vier Jahrhunderte als einen Schatten Alter Denkweisen ergeben hat, solche Anschauungen entstanden sind. Denn man merkt, wie solche Anschauungen entstehen, wenn man hinsieht, in welcher Art Arbeit, Beziehung der Arbeit zu der Erzeugung wirtschaftlicher Güter angesehen wird von solchen Theoretikern. Und die Anschauung dieser Theoretiker, die ist eigentlich heute vor allen Dingen in das gesamte Proletariat übergegangen. Was im gesamten Proletariat als Lebensanschauung vorhanden ist, das ist geradezu ein Ergebnis solcher Vorstellungen, von denen ich Ihnen nun einige Beispiele geben will. Da fragen die Leute etwa Karl Marx, wofür bekommt eigentlich der Arbeiter seinen Lohn? Sie beantworten sich diese Frage dahin, dass der Arbeiter seinen Lohn bekommt für die aufgewendete Arbeit, dass also die aufgewendete Arbeit ihm entlohnt werde und sie sagen, sie muss entlohnt werden, denn indem der Arbeiter Güter hervorbringt, gibt er seine eigene Arbeitskraft hin. Ich habe ihn ja öfters diese Anschauung charakterisiert als die jenige, die die Anschauung des gegenwärtigen Proletariats ist. Der Arbeiter gibt seine Arbeitskraft hin, seine Arbeitskraft wird verbraucht, sie muss ersetzt werden. Man gibt ihm also Lohn, also wirtschaftliche Güter, denn dafür ist er nur der Geldlohn als Stellvertreter da. Man gibt ihm Lohn, damit die verbrauchte, die im Erzeugen der wirtschaftlichen Güter verbrauchte körperliche Arbeitskraft wieder ersetzt werden könne. Dieser Gedanke kehrt immer wieder. Diesen Gedanken finden wir in den mannig feiligsten Variationen. Was liegt da eigentlich für eine Anschauung zugrunde? Die Anschauung, die da zugrunde liegt, man merkt sie am besten, wenn man auf ein Wort hinschaut, das Karl Marx und seine Anhänger immer wieder und wiederum gebraucht haben. Sie haben das Wort gebraucht, die Arbeit gerinne in das Produkt hinein. Gewissermaßen, wenn das Produkt erzeugt ist, ist die Arbeit in das Produkt hineingeronnen. Somit wäre auch die Arbeitskraft bzw. ihr Ergebnis in das wirtschaftliche Gut in das Produkt hineingeronnen. Man sagt, geistige Kraft kann nicht in das Produkt hineingerinnen. Körperliche Kraft nur kann in das Produkt hineingerinnen. Man hat also die Vorstellung, dass die Arbeitskraft so irgendwie vom Menschen in das Produkt übergeht, dann ist sie da draußen ins Produkt hineingeronnen. Dann ist man und dann wird sie wieder ersetzt. Solch eine Vorstellung sitzt ganz fest aus gewissen materialistischen Untergründen der neueren Zeit in den Menschen drinnen. Und wenn man ankämpft gegen eine solche Anschauung, erscheint man sogar als ein Mensch, der zu Paradoxen neigt. Denn diese Dinge sind allmählich etwas geworden, das den heutigen Menschen ganz natürlich erscheint. Und in Russland wird eben jetzt Sozialismus gemacht bloß unter dem Einfluss solcher aus dem Untergrund des Materialismus herausgewachsenen Anschauungen. Nun ist es wirklich so, es ist ja außerordentlich schwer zuzugeben, aber es ist wirklich so, dass zu weinen Anschauungen populär werden, wie etwas Selbstverständliches überall vertreten werden und sie eigentlich gar keinen Grund und Boden haben. Diese Anschauungsweise, als ob die Arbeit so hinausgerissen würde in das Produkt, hat wirklich keinen Grund und Boden, denn man kann wirklich nicht sagen, dass das Essen wiederum ersetzt werde. Man braucht sich ja nur im Ernste zu fragen, ob denn der jenige, der nun gar nicht arbeitet, nicht auch essen muss, wenn er leben will. Es kann doch der Ersatz einer verloren gegangenen Kraft, auf die es hier ankommt, wahrhaftig nicht davon abhängen, dass diese Kraft in die Arbeit hineingegangen ist. Denn wenn sie nicht in die Arbeit hinaus geht, muss sie auch ersetzt werden. Da muss ein kapitaler Denkfehler drinstecken, ein kapitaler Denkfehler, der einfach populär geworden ist, den zu machen, populär geworden ist. Man glaubt nämlich gar nicht, wie sehr wir heute in verkehrten Denkgewohnheiten drinnenstecken. Man muss gegenüber diesen verkehrten Denkgewohnheiten einmal die Seele zum Wachen bringen. Das geht nicht an, dass gegenüber diesen verkehrten Denkgewohnheiten die Seele weiterschläft. Ich habe in einer anderen Form die Gedanken schon einmal vor ihnen ausgesprochen. Derjenige, dem es nun kein Bedürfnis ist, oder sagen wir besser, durch seine Lebenszusammenhänge nicht in eine solche Situation hineingestellt worden ist, dass er Holz hackt oder eine ähnliche körperliche Arbeit verrichtet, der wird manchmal seine Kraft ausleben, sagen wir im Sport. Da wendet er auch seine Kraft an. Und Sie werden leicht zugeben können, dass man unter Umständen dasselbe Maß von Kraft verwenden kann zum Holz hacken wie zum Sport. Man kann gerade so müde werden vom Sport wie vom Holz hacken. Man kann einen gerade so guten Schlaf haben nach dem Sport wie nach dem Holz hacken. Dasselbe Maß von Arbeit kann in dem einen Fall und in dem anderen Fall rein formell verrichtet werden. Es kann sich also doch nicht darum handeln, wie viel Arbeit man verrichtet und wie viel Kraft man auslebt in diesem Arbeiten verrichten, dass es sich um ganz etwas anderes handelt, um die Art und Weise, wie die Arbeit hineingestellt ist in den ganzen sozialen Prozess. Es handelt sich darum, dass man absehen lernt von diesem Ausleben von menschlicher Lebenskraft in Arbeit, in der Erzeugung von Gütern. Es kann sich ja höchstens darum handeln, dass der Fleißige etwas mehr zu essen braucht als der faule, obwohl das auch mit den Lebensgewohnheiten manchen Menschen nicht ganz übereinstimmt. Aber jedenfalls diese merkwürdige Anschauungsweise, als ob man bei nationalökonomischem Denken darauf zu sehen habe, wie die aufgewendete menschliche Arbeitskraft ersetzt werden müsse durch das Indige, was man im Lohn empfängt, diese Anschauungsweise ist jedenfalls ganz ohne Grund und Boden. Es kann eben einfach nicht so gedacht werden, wenn man zu irgendeinem Ziele kommen will. Darauf wollte ich von einer anderen Seite wiederum aufmerksam machen, hinweisen, wie unser ganzes Leben beherrscht wird von verkehrten Vorstellungen, von Denkgewohnheiten, die ja für frühere Zeiten vielleicht ihre Berechtigung hatten, die aber heute eine solche Berechtigung nicht mehr haben. Ein anderer Gedankengang, der einem auch oftmals wiederkehrt bei den Betrachtern des Wirtschaftslebens, die mehr oder weniger abhängig sind von Karl Marx, ist diese, sie sagen, wenn eine körperliche Arbeit verrichtet wird und im Verlauf des Verrichtens dieser körperlichen Arbeit ein wirtschaftliches Gut entsteht, dann ist diese Arbeit verbraucht. Wenn das Gut wieder da sein soll, muss es eben wiederum durch dieselbe Arbeit erzeugt werden. Wenn einer eine Idee ausdenkt, so ist diese Idee da, sie bleibt da, sie wird nicht verbraucht. Und nach dieser Idee können vielleicht unzählige Arbeitsprozesse vollzogen werden. Also körperliche Arbeit, die auf Erzeugen von Gütern angewendet wird, wird verbraucht in ihren Produkten. Geistige Arbeit wird nicht verbraucht in ihren Produkten, sondern die Produkte bleiben. Das erscheint furchtbar plausibel, wenn man eine solche Idee ausspricht. Aber da tritt dann doch die Frage auf, ist in fruchtbarer Weise im nationalökonomischen Denken mit einer solchen Idee etwas anzufangen? Es handelt sich dann immer darum, dass diejenigen, die einer solchen Idee nachgehen, nicht in der Lage sind, den ganzen Prozess zu verfolgen, den eine solche Idee durchmacht, indem sie Wirklichkeit wird. Ist denn, so möchte man fragen, auch nur ein einziges Mal der Fall vorhanden, dass irgendein Erfinder eine Idee produziert und, ohne dass eine weitere geistige Arbeit verrichtet werde, diese Idee unzählige Male verwirklicht werden kann? Das ist nicht der Fall. Vielmehr muss man da Folgendes sagen. Man muss sagen, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen demjenigen, was durch den Geist Menschen produziert wird, und demjenigen, was äußerliche, zum Beispiel wirtschaftliche Güter sind. Sehen Sie nur einmal hin auf die Erzeugung von wirtschaftlichen Gütern. Können Sie sich denken, dass wirtschaftliche Güter erzeugt werden, ohne dass geistige Richtkraft geistige Führung zugrunde liegt? Sie können nämlich geradezu beweisen, dass bis ins Innerste hinein geistige Führung in der materiellen Arbeit in der Erzeugung der materiellen Güter zu Tage Tritt. Man muss nur immer weit genug zurück gehen. Ich habe öfters Ihnen das Beispiel angeführt. Wir betrachten den Gotthard-Tunnel oder den Suez-Kanal oder irgendetwas. Solche Dinge können heute nicht ausgeführt werden ohne Differenzial oder Integralrechnung. Es hilft alle körperliche Arbeit nichts, wenn diese Dinge nicht zugrunde liegen. Diese Dinge aber Differenzial und Integralrechnung sind einstmals ausgebildet worden in der einsamen Gedankenstube des Leibnicks oder wir brauchen uns ja damit nicht heute in einen nationalen Prioritätsstreit einzulassen in der einsamen Denkerstube des Newton. Aber jedenfalls bei Denkern im geistigen Produzieren sind diese Ideen entstanden. Bei alledem was im Grunde genommen da ist im Gotthard Tunnel im Suez Kanal und in ähnlichen Arbeiten welchen Produkten ja wiederum zugrunde liegen die Erzeugung wirtschaftlicher Güter bei alledem liegen nur die Ergebnisse dessen vor was einstmals ein geistiger Keim war. Und nichts könnte da sein von alledem was physische Arbeit ist wenn der geistige Keim nicht da gewesen wäre. Sehen Sie sich irgendetwas an was produziert wird. Sie werden sich überall sagen müssen die körperliche Arbeit kann man nicht einmal anfangen wenn die geistige Arbeit nicht vorangegangen ist und wenn sie anfängt und die geistige Arbeit aufhören würde sie auch nicht sehr weit kommen. Ja man könnte ebenso strenge beweisen wie Karl Marx und Robertus zu beweisen meinten dass aus der körperlichen Arbeit allein wirtschaftliche Güter entstehen dass nur geistige Arbeit wirtschaftliche Güter hervorbringt dass die körperliche Arbeit überhaupt ganz und gar das Ergebnis der geistigen Arbeit ist diese Dinge sind durchaus zueinander relativ und dieselbe Stränge der Beweisführung die die Marxisten aufbringen können für den Gedankengang dass nur körperliche Arbeit wirtschaftliche Güter erzeugt dieselbe Stränge der Beweisführung könnte man finden in dem Gedankengang dass nur geistige Kraft wirtschaftliche Güter erzeugt was folgt denn daraus ich sage ausdrücklich dieselbe Stränge der Beweisführung kann in dem einen Fall wie in dem anderen Fall stattfinden das heißt es kann in dem einen oder in dem anderen Fall das folgende eintreten Karl Marx hat das eine vertreten es könnte einer kommen der ebenso streng bewiese dass nur geistige Arbeit wirtschaftliche Güter erzeuge es ist nur durch die materialistischen Verhältnisse der neueren Zeit bedingt dass nicht ein solcher Marx aufgetreten ist für spirituelle Verhältnisse wie Marx aufgetreten ist für die materiellen Verhältnisse Beide aber wenn sie aufgetreten wären hätten Anhänger gewinnen können Karl Marx hat ja genug Anhänger gewonnen der andere hätte auch Anhänger gewinnen können die Ausführungen von beiden könnten auf dieselbe strenge Beweisführung hinweisen die sie heute finden wenn die Leute selbstverständlich immer im guten glauben in modernen Versammlungen diese oder jene Reform Fragen behandeln da wird meistens alles sehr streng bewiesen denn man ist heute sehr gescheit oder wenn die Leute auf den Kathedern dies oder jenes beweisen es wird alles streng bewiesen aber man kann das entgegengesetzte ebenso streng beweisen das will man eben gerade nicht glauben dass der logische Beweis nicht etwas ist was das Leben tragen kann sondern dass zu dem logischen Beweis oder zu demjenigen was doch nur aus dem logischen Beweis gewonnen ist hinzukommen muss Wirklichkeitssinn verbunden sein mit der Wirklichkeit nur aus dem Leben heraus lässt sich das Leben halten nicht aus den intellektualistisch orientierten Beweisen nur nur dem nur dem umstande dass die instinkte der menschen in den letzten drei bis vier jahrhunderten materialistisch orientiert waren ist es zuzuschreiben dass just die Beweisführung auf materialistischer Seite so streng geworden ist wie im Marxismus man kommt in der Regel mit Widerlegungen ja nicht zurecht weil es bei Beweisen sich nicht darum handelt dass man etwas beweist sondern dass der andere den Beweis annehme die Annahme des Beweises aber beruht nicht auf der Logik des Beweises sondern so wie nun einmal die Menschen sind wenn sie nicht in Geisteswissenschaft eindringen sie beruht auf gewissen Instinkten auf Gewohnheiten insbesondere auch auf Denkgewohnheiten und so muss man sagen das Leben wird uns heute verwirrt dadurch dass die Seelen nicht heraus wollen aus ihrem Schlafe gegenüber den Impulsen der Wirklichkeit dass die Seelen vor allen Dingen nicht durchdringen wollen dazu sich zu sagen es kommt darauf an den richtigen Gesichtspunkt zu finden nicht von jedem beliebigen Gesichtspunkt aus die Welt anzuschauen heute handelt es sich darum dass man einen Gesichtspunkt gewinne der nicht mehr Vorurteile in dem Sinne hervorruft dass man eine einseitige Beweisführung für richtig hält sondern der gestattet das Leben so universell zu übersehen dass man wirklich das Gewicht der einen Gründe wie auch das Gewicht der Gründe auf der Gegenseite abwägen kann man muss heute einsehen wie viel für sich haben die Gründe auf der einen Seite auf der materialistischen Seite und wie viel für sich haben die Gründe auf der spirituellen Seite das heißt niemals war es so notwendig wie gegenwärtig dass die Menschen keine Fanatiker seien aber der Fanatismus der heute geradezu eine Zeiterscheinung ist kann nur überwunden werden wenn der Mensch in sich selber eröffnet den Quell der ihn zu einer wirklichen Einsicht in die geistigen Zusammenhänge der Welt führt daher ist die Befruchtung unserer abendländischen Zivilisation mit den Ergebnissen der Geisteswissenschaft eben eine so eminente Notwendigkeit man kann also sagen in strenge Beweisführung wenn man will darauf kommt es immer an dass man will man kann sagen geistige Arbeit gerinne in das Produkt man kann auch sagen körperliche Arbeit gerinne in das Produkt aber womit hat man es denn in Wirklichkeit zu tun in Wirklichkeit hat man es damit zu tun dass gewisse Vorgänge in der äußeren Welt von den Menschen in einer gewissen Weise geleistet werden Nehmen Sie an ich pflücke einen Apfel vom Baum Das ist eben doch etwas was auch als ein Adent in der Summe wirtschaftlicher Zusammenhänge etwas zu tun hat Man muss ja sehen welche Elemente die Wirklichkeit zusammensetzen Wenn ich einen Apfel vom Baum pflücke so rufe ich eine Veränderung in der Außenwelt hervor eine Metamorphose Erst ist der Apfel auf dem Baum oben dann liegt er vielleicht in meinem Körbchen drin Diese Veränderung habe ich hervorgerufen Gewiss es hat sich in mir ein Vorgang abgespielt im Verlauf dessen auch körperliche Kraft verbraucht worden ist die wieder ersetzt worden ist Aber wenn ich in derselben Zeit in der ich den Apfel gepflügt hätte ein paar Schritte meines Spaziergangs gemacht hätte hätte ich ebenso die Kraft verbraucht Es handelt sich nicht darum was in mir geschieht und es kann sich im nationalökonomischen Zusammenhang nicht um irgendetwas handeln was auf den menschlichen Organismus Bezug hat Es kann sich nicht darum handeln die Frage aufzuwerfen was hat der Mensch zu bekommen weil er Ersatz zu leisten hat für verbrauchte körperliche Kraft sondern es kann sich lediglich darum handeln welche innere Bedeutung kommt jener Metamorphose zu die sich im Grunde genommen ganz außerhalb des Menschen vollzieht die er nur dirigiert die er nur leitet jener Metamorphose dass der Apfel zuerst auf dem Baum oben und dann in seinem Körbchen ist Denken Sie einmal Sie zeichneten den ganzen Vorgang oder malten ihn Sie malen den Baum daneben den Menschen Sie malen jetzt wie der Mensch seine Hand ausstreckt eine Leiter aufstellt und seine Hand ausstreckt den Apfel pflückt und malen dann wie er ihn ins Körbchen tut jetzt machen sie sich einmal sagen wir das Vergnügen sie radieren den Mensch ganz aus sie radieren alles das das inige weg was ihre malerei vom Menschen war und betrachten bloß dieses objektiv außerhalb des Menschen vor sich gehende der Apfel ist oben bewegt sich herunter ist im Körbchen drinnen sie haben den Menschen ganz ausgeschaltet den Vorgang der aber im Leben volkswirtschaftlich in Betracht kommt den haben sie da streng ins Auge gefasst der ist darin geblieben um den handelt es sich wenn es sich um eine wirtschaftliche Betrachtung handelt und jedes mal wird die rein wirtschaftliche Betrachtung auf einen falschen Boden gestellt wenn man in die wirtschaftliche Betrachtung den Verbrauch der Lebenskraft oder Körperkraft und der gleichen Basal wie es Marx wie es aber auch fast alle anderen akademischen Nationalökonomen tun das hinige also worauf es ankommt das ist dass wir da wo es sich um wirtschaftliche Zusammenhänge handelt den Menschen ausschalten können wir müssen dann diesen ausgeschalteten Menschen wiederum für sich betrachten können da kommen wir dann zu anderen Zusammenhängen zu den Zusammenhängen welche auf einem anderen Boden stehen indem wir sagen ja die Menschen müssen aber doch arbeiten sonst fallen die Äpfel nicht von den Bäumen in die Körbchen hinein indem wir dieses aussprechen merken wir jetzt können wir den Menschen nicht wegradieren aber wir können vor allen Dingen seine Seele nicht wegradieren wenn er noch Mensch bleiben soll wenn der Mensch eben Mensch bleiben soll so muss der Antrieb zur Arbeit in ihm selbst liegen er kann nicht Mensch bleiben wenn man einen Apparat ersinnt durch den er so langsam durch irgendwelche technischen Vorgänge hingetrieben wird zu der Leiter dort sein Arm in die Höhe gehoben wird die Finger gebogen werden und so weiter oder wenn man von Status wegen Arbeitszwang einführen würde beides kommt ja im Grunde genommen auf dasselbe hinaus es handelt sich darum dass der Impuls im Inneren des Menschen liegen muss er wird nicht im Inneren des Menschen liegen wenn er nicht entzündet wird durch das Verhältnis durch den Verkehr von Mensch zu Mensch sie sehen man kommt auch in der Betrachtung auf ein ganz anderes Gebiet als das 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 wirtschaftliche Gebiet war wenn man zu dem Antriebe der Arbeit übergeht wenn es sich um den Antrieb zur Arbeit handelt so können sie nicht absehen vom Menschen sie können aber auch nicht absehen von dem Innersten des Menschen wenn sie wirklichkeitsgemäß diese Sache verfolgen dann werden sie eben finden es ist so radikal verschieden das eine was ich erwähnt habe der wirtschaftliche Vorgang von dem was eigentlich zur Arbeit führt was der Impuls der Arbeit ist dass diese Verschiedenheit in der sozialen Wirklichkeit selbst wurzeln muss nun gibt es ja viele Denkweisen um zur Dreigliederung des sozialen Organismus zu kommen aber man sollte viele Denkwege gehen denn der Mensch braucht heute einen starken Antrieb er ist so denkschläfrig sie werden vor allen Dingen finden dass dieses Gestrüpp von Vorstellungen welches alles zusammenschweißen möchte was wirtschaftliches richtig staatliches was Geistesleben ist durchaus ersprossen ist aus dem Materialismus der aber zur gleicher Zeit in dem er als Weltanschauung entsteht auch die Seele bindet an die körperlichen Vorgänge damit aber die Seele auch passiv macht diese Seele in ihrer Aktivität ertötet Wir sind nicht etwa bloß materialistisch geworden theoretisch materialistisch wir sind materiell geworden Der Mensch kann deshalb nicht nur durch eine Umänderung seiner Denkweise allein aus der Katastrophe sich herauswinden in der er sich heute befindet sondern er kann nur durch einen Ansporn seines Willens sich herauswinden Denn der Wille ist das in was zunächst als erstes seelisches unabhängig ist vom Leiblichen und nicht ganz wenn er überhaupt in Anwendung kommt an das Leibliche gespannt werden kann Denn in jedem Augenblicke in dem ich irgendein Äußeres tue wird mir der unmittelbar anschauliche Beweis geliefert dass der Wille von dem Materiellen des Leibes unabhängig ist Denn der Wille ist Tätige im Herabnehmen des Apfels vom Baum und dem Hineinlegen des Apfels in das Körbchen Das Inige was der Mensch ist kann ich von dem rein wirtschaftlichen Prozesse ausschalten Den Willen der Menschen kann ich nicht ausschalten Ich wollte Ihnen damit heute nur wiederum eine Art des Gedankenganges angeben durch den Sie die tiefe Berechtigung dieser Dreigliederungsideen finden können Zunächst habe Der Impuls der Arbeit ist von alledem was ins Wirtschaftsleben eingeschlossen ist Sie wissen ja dass er im dreigliedrigen Organismus auf staatlich rechtlichen Gebiete liegen soll Aber wenn Sie nach anderen Richtungen hin die heute angeregten Gedankengänge verfolgen nach der Richtung zum Beispiel wie verworren die Vorstellungen werden mit Bezug auf den Anteil der körperlichen Arbeit und der geistigen Arbeit bei der Erzeugung des Produktes Wenn man so denkt wie die letzten drei bis vier Jahrhunderte die Menschen denken gelernt haben dann werden Sie auch sehen wie dieser Denkknäuel der da entstanden ist auch wiederum dann verwirrend wirkt wenn man das geistige Leben rein absondern will vom rechtlichen und wirtschaftlichen Leben Denn irgendeine Wirkensnotwendigkeit liegt nicht vor wenn man die Anschauung hat dass der Mensch eben in der Arbeit Körperkraft verbraucht die ihm ersetzt werden muss durch den Lohn das haben wir ja gesehen dass eine solche Wirkensnotwendigkeit nicht vorliegt Wie kommt man denn dazu einen solchen Gedankengang zu hegen wie kommt man dazu diese Idee überhaupt aufzustellen Man kommt aus materialistischen Untergründen dazu Man kann sich in seinem Denken nicht loslösen von der Materie Man kann nicht finden etwas was von Menschen ausgeht und was unabhängig ist von seinem Leibe So wird man gekettet mit seinen Ideen an den Leib Die Nationalökonomie wird materialistisch gekettet an den Leib Weil Weil sie die rein geistigen Zusammenhänge in der Außenwelt im wirtschaftlichen Leben nicht sehen kann wird sie abgelenkt auf den rein materiellen Vorgang des Körperkraft Verbrauchers und des Ersatzes Kraft abgeben Kraft aufnehmen Kraft abgeben Kraft aufnehmen und so weiter Man will sich ganz im Materiellen bewegen und kann deshalb auf nichts anderes kommen als gewissermaßen auf die Einschaltung des Menschen als Maschine in den nationalökonomischen Organismus Es ist heute schon so dass wir nicht etwa aus den Einrichtungen heraus in der Katastrophe drinnen stecken sondern dass wir aus dem tiefsten Denken und Empfinden und den Willensimpulsen der Menschen heraus in der Katastrophe drinnen stecken und dass es im eminentesten Sinne notwendig ist dass man abkomme von dem Vorurteil als ob durch bloße Einrichtungen irgendwie ein sozialer Aufschwung geschehen könne Es ist dringend notwendig dass man einsehe dass ein sozialer Aufschwung nur geschehen kann durch eine Umwandlung der Denk und Empfindungsrichtung der Menschen durch ein Ausrotten von alten Denkgewohnheiten die drohen uns immer tiefer und tiefer in den Niedergang hinein zu bringen Man muss sich geradezu daran gewöhnen mit einem gewissen tiefsten Interesse das zu verfolgen was in den Gedanken der Gegenwartsmenschheit lebt Man wird einmal finden wie es nichts nützt diese Gedanken nach irgendeiner Richtung hin fortzusetzen sondern wie es lediglich darauf ankommt auf dem wichtigsten Gebiet heute diese Gedankenrichtungen zu verlassen und neue Gedankenrichtungen aufzunehmen Die können aber nur aus der tiefsten Grundlage der menschlichen Natur selbst hervorgehen und sie können nur dadurch in die Kultur der Menschheit hineinkommen dass Impulse die ursprünglich sind die elementar sind wirklich von den Menschen berücksichtigt und aufgenommen werden aber solche Impulse können eben heute doch nur innerhalb derjenigen Wissenschaft vom Geistigen liegen die anthroposophisch orientiert ist wir brauchen eine neue Menschheits Erkenntnis denn die alte Menschheits Erkenntnis hat selbst auf einem solchen Gebiete wie das ist was ich ihn heute charakterisiert habe zum Irrtum geführt die alte Anschauung ist auch schon im praktischen soweit den Menschen als Maschine anzusehen und die Absurdität des Gedankens nicht zu erkennen dass es eine volkswirtschaftliche Kategorie sei menschliche Körperkraft zu verbrauchen und sie durch den Lohn als äquivalent ersetzen zu wollen Das alles beruht darauf dass man innerhalb der heutigen Denkweise den Menschen überhaupt nicht kennen kann und dass man nötig hat Menschen Kenntnis im tiefsten Sinne des Wortes zu erringen das wird aber nur möglich sein wenn unsere ganze Denkungsweise anthroposophisch orientiert wird das März bes mit Untertitel www.sdumb www.sdumb .com www.sdumb www.sdumb